Es hat alles funktioniert. Das Personal kommt immer auf einen zu und selbst wenn mal wirklich eine halbe Stunde länger dauert, wird man nicht einfach nur sitzen gelassen, sondern dann kommt jemand und sagt, so ist es, es dauert etwas länger, weil es ja kein Problem ist passiert. Es kommt immer mal irgendwas dazwischen. Es ist normal. Nur in Deutschland käme keiner. Die würden einen im Wartezimmer sitzen lassen und irgendwann nach einer Stunde käme da einer und wird sagen, okay, tut uns leid, hat nicht geklappt. Das war hier also wirklich top. Vielen Dank.